hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight und dieses mal als Überlebender der Zweigart mit dem Körb war nicht so wirklich erfolgreich aber als Überlebender wäre mir jetzt noch besser woher wir uns jetzt bekommen in der Lobby na? aaaaah eine dicke spinn so was ich es geht ja ich habe mir was ich habe so einen kratzen den Baden ja ja jetzt ich bin hier ich bin hier lalala 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 das mal das gibt es nicht so zwei minuten schon noch mal ein bisschen behindert im ja im kopf es geht aus der eisenhütte kommt das wird man auch nicht wochen und das sind gerade zusammen wenn ich nicht ich kann es nur ich ganz ruhig das wird euch nichts ne komm, ne komm, ne komm her ha 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 das war klar nein 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 ich vergaß ja dass er auch mit draben reden kann ich will Nein? Nein? Das ist jetzt euch nichts. Nur mal. Oha, ich zog immer zu. Das ist schlimm ab und zu mal. Das ist die Kalle. Das ist die Kalle. Das hat meine Reichweite. Das ist die Kalle. 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 Vielen Dank. Ich komme schon, besser rettet mich. Alter, ist das spannend. Komm schon, fick hier hinten. Es ist keiner da. Und... Könnt herkommen. Nein, 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 nein. Ah, fick hier doch. Schätze. Danke. Schalala, ich bin weg. Und das ist klar. Ich muss mich heilen, irgendwie. Wo ist die Kiste, wo ist die Kiste, wo ist die Kiste, wo ist die Kiste? Scheiße, Scheiße, Scheiße Komm, 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 schneller Was hab ich? Was hab ich? Was hab ich? Ja, äh, haben wir Ah, die im Keller kann ich nicht, aber das ist gut zu lösen So, ich hab schon mal den Wachstorkasten Wenn wir das überlegen, haben wir den schon mal? Das ist auch ganz praktisch So, weil jetzt haben wir nur einen, wir haben keine Karte, wir haben keine Karte mehr Wir brauchen noch einen Ich, ich, ich will gerade, ob wir zu lange warten Bis das auch geht, damit wir gleich, ähm Hä? Alter, ich danke dir Komm, du packst das Scheiße, er ist tot Oh, ich danke dir Danke, danke, bester Mann Oder bester Frau Er liegt Scheiße Okay, okay, okay Ich brauche nur einen Generator, das muss doch zu schaffen sein Okay, okay, okay Ich brauche nur einen Generator, das muss doch zu schaffen sein Ich bin gewagt Ich bin gewagt Ach so, zu, dann geraben Jetzt schon Nein, 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 nein Ich bin gewagt. Nein, 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 nein scheiße ich war es fast so weit scheiße nein 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 scheiße ich hab doch einen wechselkasten du kleiner pisser ich fange gerade um meine tastatur nein alle kommen schon bitte kommen ich halte es nicht mehr aus dieses ständige drücken der ist nicht mehr in der nähe kommen ich bin abgerutscht ich bin abgerutscht ich bin abgerutscht fuck ey wir hatten Werkzeugkasten mann schau schuss ja schweiß 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 dann wären wir drinnen da und dann wären wir jetzt Nein, also gut, ich gebe dir keine Schuld. Für nur mal einen... Ah, wenn er jetzt mal einen Vektorkasten finden würde, ne? Dann wäre es, glaube ich, einfacher. Ah, er sucht gerade die Luke, genau. Wie kann man eigentlich sein? Er würde seinen Kopf aktivieren. Okay. Wie geht das? Er sucht die Luke. Ja, ich habe das Reifenkollege. Ja, ich habe das Reifenkollege. Na, komm. Ja, ich glaube, der Such hat Hör auf die Stimmen, die weisen dir den Weg. Das dauert zu lange, mal guck dir nach oben. Okay, kann man sich da irgendwie orientieren oder so, hab ich auch keine Ahnung. Ja, perfekt, genau hab ich, glaub ich, gemacht. Ne, da war ich nicht. Da, vor außen rum, da, vor außen rum. Ah, die Luke. Wenn ihr das, geh, die Geräusche hören sollt ihr so. Das da. Dann ist die Luke in der Nähe. Such diese Luke. Nein, da ist die Luke in der Nähe. Irgendwo drumherum, such. Bam, alter. Beste, Beste, Beste. Oh, da hat ein Ding, deren Sprücher, als Hoffnung. Und der wachsende Chance auf eine erfolgreichste Flucht, erfüllt dich mit Hoffnung und verleiht die Flüge dein Weg. Oh, nice. So, dann gehen wir mal auf Upgrade. Weil wir mit Trends vergessen dürfte eigentlich nur sein. Aber war nicht geile Runde. So, Peter Schans, äh, Fischgehalt, seltener Berg. Da stehe ich vergessen. Genau. Da kann ich mich, äh, war da kann ich nicht schon heilen, nö. Sag mal. Was will das nun sein? Wohl riechende Bachten, äh, das ist aber eine Opfergabe, ne? Das ist ein paar. Acht, dann hab ich noch, da hab ich noch, selbst dann hab ich noch 4.000, warte mal was. Hab ich eine Opfergabe. für die nächste Umrunde. Warte kurz, dann mach ich das äh, da men da, da.. Dadadadadadadada. Ähh, verringert gleich die Schwierigkeit des Skillchecks für die Heilung. Da wird gleich die Heilungsgeschwindsch transcriptiert ... Na, scheiß und ja... So, Opfergabe. ein blut raus aus pinken blüten blüten verbreitet ein stark würzig melken ähnlichen duft da 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 und das wird damit den ersetzt ach wie kalt ist das denn so ich wollte ich ja die kleidung also als standard hat man die beiden jeweiligen klamotten und die karte also ich sage ich mal wenn ich komplett auf alles nur gehe ich dann so aus da der mir ein bisschen zu lang und habe ich das sind schon bei 20 minuten aber ich will euch ausnahmsweise sollte meine überlänge bringen weil das ja so extrem lange gedauert hat und ich wollte ich gerne zwei zwei überlebende und zwei äh killer zeigen in einer folge ausgesetzt es geht los bellfire ah klassiker das hätte ich auch mal ganz aber teure den gegenwärts von neuen ganzen nach ich hier Jojo 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 4 1 0 willkommen willkommen da Go o o o hoffentlich überleben jetzt also läuft bei dir ich muss sagen fett bist du geworden ich weiß sind diese sollte kurs halten aber man schon draußen die sonne ja ich weiß ich bin gerade bei den armen ab daraus und wir marschieren weiter ist dieses schreien denn alt und ich weiß wenn dieses art dieses engl schreien kommt das luken ist aber dieses schreien mich als abdeckung nehmen oder was ist verlassen das ist euer ernst grad ne du benutzt mich als ablenkung wollt ihr lasst mich zeit was für ein mieser wichser ich mach lieber generatoren alt dann schocken wir zu helfen was denn das ist so für scheiß kameraden naja vielleicht kann ich die folge doch früher als erwartet werden ich bin schon krampft dieser sakraten hat sie mir gar nicht helfen guck doch mal was für verräter der kinder stand da aber trotzdem scheiß 31 das war die schlechteste runde kacke da ich jetzt habe ich als ablenkung benutzt hat ja bitte stirb na egal dann bedanke ich mich fürs zusehen in der folge auch wenn die nicht so gespannt war weil wir gekriegt sind aber gehört auch mal mit dazu mich das echt aufregt verdammte scheiße ja wir sind in der nächsten folge von der bei der leid ich bedanke mich für viele socken und ich sage dann Tschüss bis dann und dann